Sie wollen wissen, wie Sie gemeinsam mit LKW Walter von der Digitalisierung profitieren können? Zum Beispiel durch automatisierte Informationen zum Transportstatus Ihrer Ware. Und das funktioniert so. Sobald Sie uns den Auftrag erteilt haben, übernehmen wir alle weiteren Schritte. Der Transportmanager bestätigt die Buchung und ordnet den passenden LKW Ihrer Ladung zu. Diese Information geht direkt an Sie und den Fahrer. Unterstützt durch modernste Technik überwacht der Transportmanager den gesamten Transport. Dabei hat er die tatsächliche Ankunftszeit unter Berücksichtigung von Restfahrzeit und Verkehr stets im Blick. Und wenn einmal etwas nicht so laufen sollte wie geplant, dann kann der Transportmanager aktiv eingreifen. Aber auch Sie können den Status Ihres Transports in Echtzeit überprüfen und dadurch Ihre Abläufe optimieren. Natürlich haben wir auch Ihre individuellen Werksanforderungen im Blick. Erreicht der Fahrer die durch einen Geofence gekennzeichnete Entladestelle, informiert ihn unsere Loads-Today-App zum Beispiel über Ihre Sicherheitsregeln. Und nach der Entladung ist der Frachtbrief mit nur einem Klick im Kundenportal verfügbar. Für Sie und den Transportmanager. Sie sehen, von der Auftragserteilung bis zur Entladung ist Ihre Ware bei uns in sicheren Händen. Und dank des digitalen Transportmonitorings bei LKW Walter profitieren Sie, wie auch unser Transportmanager, von einem enormen Wissensvorsprung. Jetzt liegt es an Ihnen. Wie nutzen Sie künftig den regen Informationsfluss, um Ihre internen Abläufe zu optimieren und, wo möglich, zu automatisieren?